Moin Leute, hier ist Tim und vor einigen Tagen hat Intel ja seine neue CPU-Generation released, die neuen Raptor Lake CPUs. Die ersten Tests sind auch schon seit ein paar Tagen verfügbar. Ich habe die CPUs noch nicht getestet, vielleicht werde ich die zu einem späteren Zeitpunkt nochmal selbst separat testen, wenn die Preise auch ein bisschen runtergegangen sind. Die neuen CPUs sind relativ teuer, ebenso wie die ARM5-Prozessoren von AMD und ich möchte in diesem Video einmal beide Prozessor-Generationen gegenüberstellen, vergleichen. Auch im Hinterkopf mit den Mainboard-Preisen und den Arbeitsspeicherpreisen. Dann auch nochmal vergleichen mit älteren CPUs aus den Vorgängergenerationen und dann zu einem Fazit bzw. zu einer Empfehlung kommen, ob es denn derzeit überhaupt Sinn macht, Geld in die neuen CPU-Generationen zu stecken oder ob man nicht doch lieber erstmal noch auf eine Preissenkung warten sollte oder zu einer älteren CPU greifen sollte. Bei vip-cdkdeals.com findest du nicht nur günstige Game Keys, sondern auch Keys für Microsoft-Produkte wie Office oder Windows. Solltest du für deinen Gaming-PC noch einen Windows 10 oder 11 Key brauchen, dann schau am besten bei cdkdeals vorbei, denn mit meinem exklusiven Code GHD20 sparst du 30% auf deinen Einkauf. Damit kostet dich ein Windows 10 Pro Key gerade einmal 14 Euro und mit dem lässt sich sogar auch Windows 11 aktivieren oder darauf upgraden. Sicher bezahlen kannst du unter anderem mit Paypal und nach deiner Bezahlung solltest du innerhalb von 5 Minuten Zugriff auf deinen Windows Key über dein Benutzerkonto erhalten. Ich selbst habe auch schon mehrfach Keys bei cdkdeals gekauft und diese ließen sich anschließend immer ohne Probleme in den Windows-Einstellungen aktivieren. Links zu vip-cdkdeals findest du in der Videobeschreibung. Wie steht Intel mit Raptor Lake erstmal gegen die Ryzen 7000er CPUs grundsätzlich so da, also die Zen 4-Generation von AMD? Also rein von der Gaming-Performance, aber auch von der Anwendungs-Performance hat Intel wirklich einen großen Wurf gelandet. Also von der Performance sind die Raptor Lake CPUs wirklich sehr stark. Einerseits im Standard-Setting, wo die CPUs sehr viel Strom verbrauchen, das ist aber bei den AM5, bei den Ryzen 7000er CPUs derzeit genauso, aber auch im Echo-Modus sozusagen, wenn man die Taktfrequenz ein bisschen runterschraubt. Auch dann sind die Intel-CPUs rein von der Performance, den AMD-CPUs doch leicht überlegen, vielleicht so im Schnitt so 10 Prozent, in Spielen dann aber in einer Auflösung von 720p zum Beispiel, wo keiner spielt, wo man aber die Unterschiede zwischen CPUs am besten messen kann. In Full-HD oder noch höheren Auflösungen werden die Unterschiede noch kleiner. Also Intel hat da leicht die Nase vorn, es ist jetzt aber nicht so, dass die Raptor Lake CPUs von der Gaming-Performance zum Beispiel so stark sind, dass man die Ryzen 7000er von AMD jetzt nicht mehr in Betracht ziehen sollte. Das bewegt sich alles schon immer noch auf einem ähnlichen Niveau und alle CPUs sind definitiv gut fürs Gaming geeignet. AMD hat dann aber eine andere Sache auf seiner Seite, nämlich die bessere Energieeffizienz. Die Ryzen 7000er CPUs verbrauchen im Vergleich zu den Intel-CPUs ein ganzes Stück weniger Strom. Die sind im Schnitt auch so 10 Prozent, sagen wir mal, effizienter. Also bei wem die Stromkosten beispielsweise schon ein wichtiger Faktor sind, macht das vielleicht Sinn, sich dann vielleicht eher nach etwas energieeffizienteren CPUs umzuschauen. Aber auch hier ist es so, dass da halt keine Welten zwischenliegen. Ja, die Ryzen 7000er sind ein bisschen sparsamer. Nicht nur, weil sie etwas schwächer performen, sondern auch in der Effizienz, wenn man quasi sich den Stromverbau oder die Effizienz in Watt pro FPS anschaut, auch dann laufen die AMD-CPUs einfach etwas effizienter als die Intel-CPUs. Insgesamt bewegen sich Intel und AMD aber schon auf einem ähnlichen Niveau, weshalb man jetzt nicht pauschal sagen kann, es ist auf jeden Fall besser, sich eine Interruptor-Lake zu holen oder es ist auf jeden Fall besser, sich eine AMD Zen 4, also Ryzen 7000er CPU zu holen. Interessant wird es, wenn man sich dann die Preise der CPUs selbst, aber vor allem auch vom Mainboard und RAM anschaut. Bei den CPUs selbst bewegt sich das auch alles wieder auf einem ähnlichen Level, also der i5-13600KF beispielsweise, der kostet 360 Euro im Moment. Die vergleichbare AMD-CPU, der Ryzen 5 7600X, kostet 350 Euro, also 10 Euro Preisunterschied kann man quasi vernachlässigen. Der i7-13700KF, der liegt derzeit, jetzt muss ich mal eben hier spicken, bei 480 Euro und der Ryzen 7 7700X bei 460 Euro, also 20 Euro Unterschied, auch auf einem sehr ähnlichen Niveau. Und dann kommen wir noch zum i9-13900KF, wo ich jetzt nicht zu viel Zeit reinstecken möchte, weil ich den für Gamer jetzt eigentlich eher uninteressant finde. Der kostet 690 Euro, da ist dann AMD doch nochmal ein ganzes Stück günstiger beim Ryzen 9 7900X, der kostet 630 Euro, aber AMD hat ja auch noch den 7950X, der kostet dann 810 Euro. Aber rein vom Pricing, wenn wir jetzt i5, i7 und i9 mit Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7700X und Ryzen 9 7900X vergleichen, dann liegt das alles preislich sehr nah beieinander. Den großen Unterschied haben wir dann bei den Mainboards, denn was den Intel-CPUs hier einen Vorteil verschafft, ist, dass die Raptor Lake-CPUs immer noch mit DDR4 kompatibel sind. Und das sind die AM5-CPUs, nicht AM5, ist eine reine DDR5-Plattform, das heißt, man ist gezwungen, wenn man sich eine Ryzen 7000er-CPU zulegt, sich ein DDR5-Mainboard zu kaufen, ein AM5-Mainboard mit dem neuen Sockel und die sind tatsächlich immer noch sehr teuer und DDR5 ist halt auch immer noch sehr teuer. Man hat hier nicht die Möglichkeit, auf günstigeren DDR4-Arbeitsspeicher auszuweichen. Ich habe mal nachgeschaut, was die Mainboards im Moment so kosten. Bei Intel kann man ja auch immer noch die Z690er-Boards nehmen für die neuen CPUs. Man muss nicht die neuen Z790er-Boards kaufen, die noch deutlich, deutlich teurer sind. Also hier kann man ein bisschen Geld sparen, sich ein Z690-Board holen und die bekommt man, je nachdem ob DDR4 oder DDR5, so für um die 200 Euro. DDR4, auch ein vernünftiges, vielleicht so schon für 180. Ein DDR5-Board kostet dann vielleicht so 220 Euro. Aber gemittelt so ungefähr 200 Euro muss man da für ein Mainboard hinlegen. Bei AMD kostet ein AM5-Mainboard derzeit immer noch so um die 250 Euro. Also schon ungefähr 50 Euro mehr, als wenn man sich ein Intel Z690er holt. Bei AMD ist es natürlich dann auf jeden Fall DDR5, weil AM5 unterstützt nur DDR5. Das heißt, wenn man das mit den DDR5-Boards von Intel vergleicht, Z690, dann ist es ein Preisunterschied von ungefähr 30 Euro aktuell. Aber wir haben halt, wie gesagt, das Problem, dass wir bei AMD definitiv DDR5 nehmen müssen. Das Mainboard ist einerseits schon mal ungefähr 50 Euro teurer. Und dann kommt jetzt noch der Arbeitsspeicher dazu. Ein 32 Gigabyte DDR5-Kit kostet immer noch mit einer ordentlichen Taktfrequenz um die 200 Euro. Ein DDR4-Kit mit einer vernünftigen Taktfrequenz, 3600 MHz, nicht zu schlechte Timings, liegt bei 110 Euro. Und da kann man also nochmal ungefähr 100 Euro sparen, wenn man sich also ein Intel Raptor Lake System zusammenstellt. Sagen wir mal, CPU kostet gleich viel, also i5-13600KF im Vergleich zu Ryzen 5 7600X. Dann zahlt man fürs Mainboard ungefähr 180 Euro, bei AMD 250 Euro. Also da hat man schon mal einen Preisunterschied von 70 Euro. Und dann hat man nochmal einen Preisunterschied von 90 Euro beim RAM, wenn man sich halt DDR4-RAM holt. Insgesamt spart man da also 160 Euro ungefähr, wenn man sich ein Intel Raptor Lake System jetzt zusammenstellt im Vergleich zu einem AMD Ryzen 7000er System. Also das muss man schon gut nachrechnen. Wie gesagt, Mainboard-Preise und RAM-Preise berücksichtigen. Natürlich, wir hätten dann nur DDR4, aber selbst mit DDR5 wäre das Intel Raptor Lake System etwas günstiger, weil das Mainboard halt günstiger ist. Und wir kriegen sogar ein bisschen mehr Performance. Es haben die schlechte Energieeffizienz, aber grundsätzlich muss ich sagen, nach dem Raptor Lake Release hat AMD schon einen schweren Stand. Es wurden auch schon Stimmen laut, dass AMD jetzt die Preise reduzieren sollte, um konkurrenzfähig zu bleiben. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Bei AMD hat man natürlich den Vorteil, dass der AM5-Sockel jetzt nagelneu ist. Das heißt, der wird lange supported. Man kann problemlos auch in zwei oder drei Jahren nochmal die CPU sehr wahrscheinlich austauschen und sein Mainboard und seinen Arbeitsspeicher behalten. Das wird bei Intel sehr wahrscheinlich nicht so sein. Der Intel 1700er Sockel wird vermutlich ab der nächsten CPU-Generation nicht mehr verwendet werden. Intel hat dann noch nichts offiziell bekannt gegeben, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass eigentlich nur zwei CPU-Generationen dort pro Sockel laufen. Insgesamt ist aber natürlich dann die Kombination aus CPU und Mainboard und RAM immer noch extrem teuer, weil die günstigsten CPUs aus der neuen Generation kosten mindestens 350 Euro. Und deswegen möchte ich auch nochmal auf die alten CPU-Generationen hinweisen, denn die sind nur, weil jetzt die neuen rausgekommen sind, nicht automatisch quasi tot bzw. nicht mehr empfehlenswert. Gerade wenn man sich einen günstigeren Gaming-PC zusammenstellen möchte, dann macht es definitiv Sinn, immer noch auf die älteren Generationen zu schauen, beispielsweise auf dem Ryzen 5 5700X oder ein Ryzen 5 5600, denn da kann man nochmal deutlich mehr Geld sparen. Einerseits sind die CPUs deutlich günstiger, ein Ryzen 5 5600 zum Beispiel kostet ungefähr 150 Euro. Auch die Mainboards sind günstiger, ein AM4-Mainboard, B550-Chipsatz kriegt man für ungefähr 120 Euro mit 110 Euro für DDR4-RAM dazu. Dann landet man insgesamt bei einem Ryzen 5 5600 bei 380 Euro für CPU, Mainboard und RAM im Vergleich zu 800 Euro, also mehr als das Doppelte, was man für ein System mit Ryzen 5 7600X plus Mainboard plus RAM ausgeben würde. Das sind wirklich extreme Preisunterschiede und selbst wenn man sich den Ryzen 7 5700X holen würde, landet man bei 470 Euro, immer noch deutlich weniger als bei einem AM5-System und auch deutlich weniger als bei einem i5-13600KF. Da würde man bei 670 Euro landen, wenn man, wie gesagt, sich das DDR4-System zusammenstellt. Also immer noch 200 Euro mehr, als wenn man sich einen Ryzen 7 5700X holt. Natürlich performen die älteren CPUs auch ein bisschen schlechter, aber für die meisten wird auch bei diesen CPUs die Gaming-Leistung problemlos ausreichen. Es ist jetzt nicht so, dass wir mit den neuen CPUs in komplett neue Sphären vorgestoßen sind, sodass man dort deutlich mehr FPS bekommt als mit beispielsweise Ryzen 5000. Die Messwerte, die man immer so sieht in vielen Benchmarks, die sind halt oft erstellt mit sehr niedrigen Auflösungen, beispielsweise 720p. Für die Praxis ist das aber wenig aussagekräftig, weil in der Regel spielen die Leute ja mindestens in 1080p. Da sind die Unterschiede dann deutlich geringer. Und die Benchmarks sind ja in der Regel erstellt mit High-End-Grafikkarten. Das heißt High-End-Grafikkarte, mindestens RTX 3090 zum Beispiel, plus niedrige Auflösung 720p. Da erhält man dann diese recht großen Unterschiede bei den Messwerten. Als Fazit kann man deshalb auf jeden Fall festhalten, die neuen CPUs sind definitiv nur etwas für Leute, die wirklich viel Geld in ihren neuen PC investieren möchten. Also ich sage mal insgesamt mit vernünftiger Grafikkarte unter, ich sage mal 1300 Euro oder so, ist da wahrscheinlich nicht viel möglich, wenn man sich einen Ryzen 7000er Prozessor oder einen Inter-Raptor-Lake Prozessor holt. Mit Raptor-Lake kann man nochmal ein Stückchen günstiger fahren, wenn man bei DDR4 bleibt. Geht man auf DDR5, wird es relativ ähnlich zu Ryzen 7000, auch wenn Raptor-Lake selbst dadurch die günstigeren Mainboardpreise, wenn man sich einen Z690er holt, immer nochmal etwas niedriger liegt, trotz sogar etwas besserer Performance insgesamt. Dafür sind aber die Ryzen 7000er CPUs etwas energieeffizienter. Für die meisten allerdings werden immer noch die Ryzen 5000er CPUs, die Intel 12000er oder 11000er Generationen von Prozessoren die einzig sinnvolle Wahl sein, da man dort halt deutlich günstiger wegkommt. Und alle, die ein Budget von beispielsweise 1000 Euro haben, die werden um die alten CPUs nicht drum herum kommen, denn mit den neuen kommt man da einfach nicht hin mit seinem Budget. Das ist aber auch gar nicht schlimm, denn die alten CPU-Generationen sind immer noch für 90% der Fälle, was die Gaming-Leistung angeht, komplett ausreichend, wenn man die mit Grafikkarten kombiniert, wie RTX 3060, 3060 Ti, auch 3080er oder bei AMD halt eine Radeon RX 6800 XT oder beispielsweise. Das ist problemlos möglich, ist ja auch logisch, denn das ist ja die Grafikkartengeneration, die quasi mit diesen CPU-Generationen auch gemeinsam auf den Markt gekommen ist. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Das kann man problemlos noch kaufen und damit kommt man halt deutlich günstiger weg als mit den neuen Intel und AMD-CPUs, die jetzt gerade dieses Jahr erschienen sind. Wir haben ja bis auf die RTX 4090 ja noch gar keine neuen Grafikkarten bekommen, die dieses Potenzial der neuen CPU-Generationen überhaupt vollständig ausnutzen könnten, wenn man wirklich diese nochmal 10, 20% mehr theoretische Gaming-Leistung bräuchte. Da gibt es ja derzeit nur die 4090 auf dem Markt und dadurch kommt das sowieso für die meisten kaum in Frage. Also das war mein Fazit zu der aktuellen Frage, welche CPU-Generation lohnt es sich denn derzeit jetzt überhaupt zu kaufen? Wie sieht es mit Raptor Lake aus? Hast du noch weitere Fragen oder Anmerkungen zum Video, dann schreib es gerne in die Kommentare. Und ansonsten war es jetzt von mir. Ich bin raus. Haut rein.